Kopf ist einfach so ins Bild gepurzelt, naja klar warum auch nicht. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, wie ihr seht Tisch ist fertig, jetzt kann ich ordentlich arbeiten, ihr könnt mich ordentlich sehen. Das Wetter heute mit Sturmwahnung könnte ein bisschen schlecht werden, aber machen wir das Beste los. Ja, Licht und Ton wird noch verbessert, alles nach und nach. Wir machen heute, oder ich, ihr macht es vielleicht nach oder noch nicht, ganz normalen Rollbraten. Ich will versuchen diese Schweinerober-Schwale so aufzuschneiden, dass ich sie am Ende wieder zusammenrollen kann. Habe dazu auch Küchengaren, meinen Mieter und zusätzliches Handy. Und will das ganze auch mit einer schon fertigen Sauce Hollandaise, mit Spargel schon drin, sodass die Stücke da auch ordentlich mit drin sind. Einreiben, marinieren und dann halt ganz stinknormal zusammenrollen und hoffentlich gut finden. Komme ich das ganze dann auf eine Rotisserie drauf bekommen oder eine normale Schweden-Schwale nehme und das Stück dann einfach oben drauf packen und indirekt ziehen lasse. Weiß ich noch nicht, werde ich dann im Laufe des Videos entscheiden. Alles klar, dann legen wir los. Gut, dann gucken wir mal, ob wir das Servieren bekommen. Das Stückchen gleich so einzuschneiden, dass wir das aufknappen können. Zuhause. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Guess. Aber das bin ich. Ich bin ein. Aber das ist ein. Aber der weibちゃ ist, wir werden das in der Welt. Aber das ist eine. Du bist veinte. Liste. Jetzt bin ich. Dansel. Du bist. Ich bin ein. Dann würzt man das ganz sicher, so dass das halt schön von innen und außen seine Würze bekommt. Und sehen dann so, dass wir von dieser Sporgel und Andessoße hier ein bisschen drauf bekommen und vor allem, dass es auch drinnen wird. Ich gehe ja davon aus, dass er der Punkt wird, der nicht so funktioniert. So, dann bereidigt man das Rollen und Binden vor. Und dann gucken wir mal weiter. So, dann nehmen wir uns das Stück hier. Ach, das läuft schon gut raus. Ziehen uns das ein bisschen. So, dann sehen wir uns das Stück. So, dann sehen wir uns das Stück. So, dann sehen wir uns das Stück. Hier, dass ihr mit dem Küchengarn macht. Das sei euch überlassen. ob ihr da einzelne Fäden nehmt oder so eine Bindetechnik könnt. Und weiter geht's. Gut, wir haben es reichlich hinbekommen, das Ganze so einzuspüren, dass es hält. Jetzt wird es noch lustig, den Spieß da durchzubekommen. Das hat schon mal geklappt. Ist das gut? Okay. Gut. Super. Ist klar. Dann hängen wir das Stück mal ein. Schaler noch runter. So, wir lassen es so kleben, dass er den Saft immer wieder mitzieht. Gut. Gucken wir noch kurz, was da Mieter ist. Achso, stimmt. Der muss ja immer rein. So, Mieter steckt. Und zu. Gut. Drinnen ist er. Dann zack, ab auf die Mieter App. Eingestellt habe ich es schon. Ich bin auf Schweinekeulegang. 63 Grad. Kerntemperatur sollte ausreichen. Das kann man dann hier halt auch noch variieren. Und zeigt es halt an. Innen, das Ziel und Außen. Ich habe natürlich vergessen den Grill vorzuheizen. Ja. Passiert. Ist jetzt nicht so schlimm. Nicht tragisch. Und ich würde sagen, dann gucken wir in einer halben Stunde nochmal nach. Und sehen uns dann. Alles klar. Laut Mieter nur noch 10 Minuten. Ich habe das Wasser aus dieser Konzischale jetzt rausgenommen. Also weggekippt. Da war so gut wie gar nichts drin. An Fenn oder Geschmacksdreher. Jetzt machen wir die restliche Sauce Hollandaise mit den Spargelstückchen rein. Machen nichts beim mittleren Brenner auf leichter Stufe mit an. Sodass es ganz gemütlich und warm wird. Aber trotzdem noch Geschmack von dem rotierenden Fleisch mit rein kommt. Und was ich vorhin natürlich logischerweise gewesen habe. Das Fleisch von draußen zu würzen. Das übernehmen wir jetzt auch noch. Sodass die restlichen 10 Minuten noch schön mit anziehen kann. Mauer hat es schon bekommen. So, wollen wir mal gucken, ob wir das hier rein kriegen. Klar, ausgerechnet jetzt kommt der Mieter hier lang. Am besten. Du machst mal eine kurze Pause. So. Klar, klar. Warum einfach, wenn so schwer geht? Wenn wir hoffen, dass der Wind die Schüssel nicht weg wird. So. So. Zeitraum. Rechtraum. Sehr gut. Betrug. Okay. Whoah- Wihihi. So. 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 Vielen Dank. Deckel zu. Alles klar der Wind wird mehr und das Essen ist fertig. Mieter schreit auch. Gucken wir mal rein. Kann sich das sehen lassen. Hast du keine Handschuhe? Doch, aber ich weiß gleich so schnell. Gucken wir mal rein. 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 Gucken wir mal rein.